Best of 3 in den Playoff-Halbfinals der Volleyball-Bundesliga. Am Samstag tritt der SC Potsdam in der ersten Partie auswärts beim Dresdner SC an. Sollten sich die Potsdamerinnen in den Partien gegen den amtierenden deutschen Meister durchsetzen, würde man mit einem Finaleinzug Vereinsgeschichte schreiben. Laura Emons, die Kapitänin vom SC Potsdam, weiß. Wir wollen auf jeden Fall Geschichte schreiben, jedes Jahr ein bisschen besser werden, deshalb wäre so ein Finaleinzug natürlich super gut für uns. Doch einfach wird es gegen den Dresdner SC nicht. Ja, es sind immer spannende Spiele. Dresden ist jetzt gerade gut drauf. Die haben 2x3-0 gewonnen gegen Wiesbaden, deshalb denke ich, dass es auch schwer wird, wie die anderen Spiele auch. Allerdings ist auch der SC Potsdam gut drauf. Wenn man jetzt so den Verlauf unserer Saison anschaut, dann geht es immer nur nach oben und ich hoffe, es geht auch weiter hoch hinaus. Los geht's am Samstag in der Margon-Arena in Dresden. Am Dienstag folgt dann das Heimspiel in der MBS-Arena. Es bleibt abzuwarten, wer in die Finals um die Meisterschaft einzieht. Klar ist, spannend wird es auf jeden Fall.